Ja, liebe Freunde, also nochmal abschließend, ich würde mich sehr freuen, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr am 24.8. in die Waldbühne nach Gärn kommt. Da spielen wir mit Apfeltraum, wir freuen uns riesig drauf. Ich habe auch schon gelesen, dass mein alter Freund, mein alter legendärer Freund Tino Standhaft mit dabei ist. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Lasst euch den Abend nicht entgehen. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Bis bald.